Und du hast mir ja auch mal angekündigt, dass du da eine interessante Erfahrung mit psychedelischen Trüffeln gemacht hast und vielleicht kannst du da mal diese Story ein bisschen öffnen. Wie ist es dazu gekommen, dass du die Erfahrung überhaupt gemacht hast? Was hat dich dazu bewogen? Ja, also ganz interessant und ich bin auch schon sehr, sehr lange sehr skeptisch gegenüber Psychedelika gewesen und ich habe mich da viel informiert. Ich habe viele Menschen in meinem Freundeskreis gehabt, die mich damals auch noch, als ich jung war und gar nicht so tief in der Spiritualität drinnen war, auch dazu gedrängt haben, das auch mal auszuprobieren und so weiter. Und ich hatte halt schon echt mal irgendwie Angst davor oder Respekt davor und ich habe mich halt informiert erstmal, bevor ich sowas überhaupt nehmen möchte und habe halt dann für mich entschieden, also ich fühle mich da überhaupt nicht bereit dazu. Das war so mit 18 bis Anfang 20 sowas, da hätte ich oft die Gelegenheit gehabt, aber habe es für mich einfach abgelehnt, weil ich das nicht wollte und auch nicht gefühlt habe. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung, weil so konnte ich einfach für mich entdecken, was Spiritualität ist, was spirituelle Erfahrungen sind, die halt so in meinen Astralreisen, Erlebnissen, in luziden Träumen und dann später dann auch diese Chakralehre, die sich für mich so herauskristallisiert hat. Da konnte ich einfach sehr viel erfahren, was so diese natürliche Spiritualität in uns ist. Und als ich dann mit Anfang 30 jetzt das allererste Mal so eine Erfahrung gemacht habe, das war für mich, als ich halt mein Buch fertig geschrieben habe über die Chakralehre und da für mich abgeschlossen hatte, dass ich so für mich diese ganzen Gedanken und Konzepte von Was ist Spiritualität? Wie könnte man das vielleicht erklären? Wie kann man das in ein Konzept packen, dass der Verstand auch verstehen kann und das auch andere Menschen verstehen können? Und als ich da mit diesem Projekt dann fertig war und für mich erklären konnte, was ist so Spiritualität eigentlich wirklich, habe ich dann so eine Pilzjourney gemacht. Da hat sich das dann für mich auch richtig angefühlt. Da habe ich gespürt, okay, ich bin irgendwie innerlich bereit, das mal zu erfahren, weil ich einfach schon davor diese spirituellen Erfahrungen gemacht habe und jetzt einfach nochmal wissen möchte, wie ist denn da überhaupt der Unterschied zu spirituellen Erfahrungen, die man so aus eigener Kraft auslöst und auf natürlichen Wege quasi erfährt? Und was ist so diese künstlich hervorgerufene, also wenn man mit großen Anführungszeichen künstlich, die man halt da auslöst durch Psychedelika? Genau, das war echt wirklich eine ganz, ganz spannende Erfahrung und Reise für mich und hat mir auch einfach noch besser geholfen, zu verstehen, was sind spirituelle Erfahrungen überhaupt? Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass es sehr gut war, das so spät wie möglich zu machen. Also ich würde auch immer sagen, nimm Psychedelika so spät wie möglich, so früh als nötig. Also ich habe es ja auch erst mit 24 das erste Mal gemacht, erst, also ich sehe halt, viele, die machen es halt noch viel früher und unser Gehirn ist erst ab 24, 25 wirklich ausgereift und es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn wir es mit Mitte, Ende 20 machen und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, du wirst jetzt die Geschichte noch mit mir teilen, was da eigentlich passiert ist. Ja, sehr gern, sehr gern. Also wo soll ich denn da jetzt am besten anfangen? Also ich habe ja schon so ein bisschen jetzt von dieser Chakra-Lehre erzählt und vielleicht so eine kleine Introduction, dass man da überhaupt dann auch während der Pilz-Story dann auch weiß, worauf ich hinaus will. Also die Chakra-Lehre ist praktisch so das Sinnbild von der Vereinigung von Körper oder Materie, besser gesagt, und Geist. Also ja, dieser Welt, die so unsichtbar ist und in der ja so diese spirituellen Erfahrungen verborgen sind sozusagen. Und dann gibt es auch noch die Seele. Die Seele verbindet diese beiden Welten miteinander. Das ist so die Brücke zwischen den Ganzen und unsere Seele lässt sich so quasi in sieben Chakren unterteilen. Das sind so Energiezentren, die in uns sind und mit der lässt sich einfach die Seele ein bisschen leichter mit dem Verstand verstehen und in so ein gutes Konzept packen. Aber was da eigentlich so genau passiert, ist nämlich das, dass wir aus der geistigen Welt unsere Informationen erhalten. Also die Informationen, die oben in dieser unsichtbaren Welt verborgen sind, die können wir mit unserem Gehirn, mit unserem Verstand empfangen als Gedanken. Also jeder Gedanke, den wir haben, der ist ja nicht komplett geistig unsichtbar, sondern den kann man ja auch messen. Das sind physikalische Phänomene, die in unserem Gehirn passieren. Das sind ja Elektronen, die sich hin und her bewegen und Synapsen aktivieren und das erzeugt ja in uns den Gedanken erst. Aber bevor dieser Gedanke entsteht, schöpfen wir diesen Gedanken aus dieser unendlichen Welt, in der ja jede Realität quasi besteht und verborgen ist. Aus der empfangen wir unsere Gedanken. Dann werden diese Gedanken zu Worte, diese Worte werden zu Beziehungen, Beziehungen werden zu Taten, Taten werden dann zu Gefühlen, die sich dann auch manifestieren in der physischen Welt. Jetzt bin ich so die einzelnen Chakren durchgegangen, das sind so einzelne Etappen, so Stationen, in der sich quasi diese Energie, diese Information, die oben in dieser geistigen Welt steckt, so nach und nach, Step by Step immer ein bisschen mehr verdichtet und dann unten Materie wird. Und Materie, man kennt es ja so aus der Schule, setzt sich ja so zusammen aus Atomen, aus so kleinsten Bausteinchen, das könnte man sich ungefähr so vorstellen wie so Lego-Klötzchen. Und Materie sind eigentlich im Prinzip nur so diese einfachen Klötzchen. Und was die Materie zusammen, also was dann auch diese Vielfalt in der Welt erzeugt, ist die Information, die sagt, wie bauen sich diese Klötzchen aufeinander auf, um zum Beispiel den Jascha zu erzeugen. So, das heißt, du bist das Zusammenspiel aus Geist und Materie, weil du hast ja einen Körper, der besteht aus Atomen, die in einer bestimmten Konstellation zusammengestellt sind und dich ergeben. Und das ist praktisch so der Geist, der in dich hineinfließt und sagt, wie sollen die Atome sich anordnen. So, also Materie kann nicht ohne Geist und Geist kann aber auch nicht ohne Materie, weil Materie Erfahrung erzeugt, die natürlich der Geist braucht, um wieder Informationen zu bekommen. Und deswegen gehen so diese beiden Welten so Hand in Hand und deine Seele ist praktisch ja die Energie, die einfach beide Welten miteinander verbindet. Das ist so ganz im Groben das Prinzip der Chakra-Lehre. Und dieses Wissen habe ich so erhalten aufgrund von spirituellen Erfahrungen, die ich so nach und nach gemacht habe und konnte das so in dieses Konzept einpacken und verstehen, um was es da wirklich geht. Und als ich dann fertig war, dieses Konzept auszuformulieren und zu schreiben, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben und dieses Buch ist praktisch so diese Übersetzung dieser fernöstlichen Weisheitslehre vom Chakrasystem hin zu einem System in wissenschaftlicher Sprache, in westlicher Sprache, die wir halt leichter verstehen können und leichter kapieren können, okay, was sind diese einzelnen Ebenen, wir haben Chakra für Chakra und das sind im Prinzip unsere Gefühle, unsere Handlungen, unsere Beziehungen, unsere Sprache, unsere Gedanken. Und all das können wir in unserem Leben trainieren und an dem arbeiten, um halt eben unsere Seele zu stärken und diese Verbindung zwischen Geist und Materie besser zu managen und so quasi diese Vision, die wir oben haben, auch leichter manifestieren können. Und dieses Buch war für mich so wie so ein abgeschlossenes Kapitel in meinem Leben, weil ich habe da circa fünf bis sechs Jahre aktiv an diesen Werk geschrieben und als ich da dann fertig war, hat es für mich dann auch richtig angefühlt, da auch mal so einen Trip zu machen, weil mich das schon immer interessiert hat und ein guter Kumpel von mir, der hat da ein bisschen Erfahrung damit und der hat mich da auch geleitet an. Also ich wollte es natürlich nicht irgendwie einfach so mal random ausprobieren oder alleine auf keinen Fall. Also ich habe da so großen Respekt davor gehabt und mir war es halt ganz, ganz wichtig, dass das auch möglichst sicher und ohne irgendeinem negativen Gefühl oder so passiert. Ja und dann ging es los, also er hat uns da ganz toll eingewiesen in diese Zeremonie, da waren dann auch noch ein paar enge Freunde mit dabei, das war so ein tolles Umfeld und dann haben wir halt eben diese Pilze eingenommen und ich wurde da so super geführt, dass er mir halt dann auch immer gesagt hat, so was soll ich machen, wenn ich irgendwie bestimmte Gedanken musste auftreten oder was auch immer und hat mir eigentlich nur den Tipp gegeben, einfach loszulassen. Ja. Ich konnte irgendwie mit Emotionen spüren oder so. Es war einfach so, da hinten irgendwo, da hinten war so das Geschehen und konnte aber von dort aus so meinen Körper sehen, wie er da so da sitzt, meditiert, diese Gefühle hat und einfach so dieser Musik zugehört hat und sich einfach wohl gefühlt hat. Und das war für mich dann auch so eine Reise, da hat mein Guide halt mir so gesagt, ich soll mir, bevor ich diesen Pilztrip mache, mir vornehmen, was ich dabei erleben möchte oder was so meine Erkenntnis sein soll oder was die Intention meines Trips dann ist. Und meine Intention war es halt einfach, durch die Chakren zu gehen und das habe ich dann auch in meinem Trip dann tatsächlich auch so erlebt. Ich war erst in meinem Wurzelschakra, dann im Sakralchakra, habe so meine Gefühle gesehen, gespürt, war da so mittendrin, dann ging es los, hoch zum Willen, habe dann so gesehen, wie die letzten zehn Jahre auf meiner spirituellen Reise eigentlich so, was sie hervorgebracht haben und so. Und das hat so ein Gefühl von Liebe und Dankbarkeit ausgelöst, dass das immer stärker wurde und dann bin ich weiter, weiter, jedes Chakra hoch und bin dann schließlich im Kronenschakra gelandet, in der sich dann eigentlich sozusagen alles aufgelöst hat. Und ich war dann so mitten in diesem Fenster drinnen, einfach nur in dieser Liebe und Dankbarkeit, so umhüllt von so einer unendlichen Energie und habe dann aber von dort aus so hinunterblicken können und sehe so, wie ich so da sitze und meditiere in dieser Welt und einfach mich erinnert habe, wie diese Welt ist, was diese Welt ist, wie sie funktioniert, mich einfach erinnert habe, wer ich wirklich bin und dass da dieses Ego-Andi-Line sitzt, meditiert und das auch ein bisschen mit seinem Verstand erfassen kann. Und dann habe ich halt einfach so lachen müssen. Ich habe so lachen müssen, weil für mich das Leben so diese, es war wie ein Witz. Es war einfach, also mein Verstand hat gesehen, mit welchen Dingen, Gedanken und so weiter es sich Tag für Tag beschäftigt und eigentlich sich selbst die ganze Zeit nur im Kreise dreht. Und da hat mein Verstand mal so gesehen, auf was es eigentlich wirklich ankommt und das war halt echt einfach ein Witz.